Klirrende Kälte, Dauerfrost und das trotz Sonnenschein und zwischendurch immer wieder eine ordentliche Portion Neuschnee. Winterfans aufgepasst, der Polarwirbel, der hat sich gesplittet, Arctic Outbreaks sind möglich und das noch längere Zeit. Schauen wir uns das Ganze mal an. Vor ein paar wenigen Tagen ist es passiert. Hier ein Blick auf die etwas höher gelegene Stratosphäre. Hier ein Wirbel, hier ein Tiefdruckwirbel, in der Mitte ein Hoch mit warmen Kern. Das ist ein ganz klassischer Polarwirbelsplit. Man muss aber auch sagen, dort oben in der mittleren höheren Stratosphäre hat sich das, wenn wir zur Analyse von heute schauen, alles so ein bisschen wieder eingerenkt. Am Nordpol ist es wieder deutlich kälter geworden und hier der Polarwirbel scheint sich wieder so ein bisschen zu verbinden. Ist aber überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass das da oben sich irgendwann wieder einrenkt und sich das Ganze langsam in tiefere Schichten voranarbeitet. Und genau das sehen wir, wenn wir in die mittlere Stratosphäre gucken. Wir haben hier einen leicht gequetschten Polarwirbel mit kaltem Zentrum verschoben in Richtung Europa. Dementsprechend ja gerade bei uns auch diese Tiefdruckgebiete mit der kühlen Luft. Am Nordpol ist es doch deutlich wärmer in der Höhe und wenn wir das Ganze mal laufen lassen, hier läuft die Zeit mit, dann sehen wir Richtung Mitte Januar. Ja, da ist er dann, der Split. Einmal hier ein kleinerer Wirbel, hier ein größerer Wirbel, das ist etwa Asien, hier liegt Russland, hier liegt Mitteleuropa. Da haben wir den Split und am Nordpol ist es wärmer als in den tiefer gelegenen Lagen. Schauen wir uns das Ganze mal anders an, im zeitlichen Verlauf. Also das Temperaturen am Nordpol für zwei verschiedene Höhenschichten, das liegt ein bisschen höher. Wir sehen, beide Kurven sind etwa eine ganze Weile hier im Bereich des 30-jährigen Mittels und dann um die Jahreswende, zack, rauschen die Temperaturen nach oben. Und das ist immer dann der Zusammenbruch des Polarwurbels, wenn es am Pol dann plötzlich wärmer wird als in tiefer gelegenen Regionen, wie beispielsweise bei uns in Mitteleuropa. In den etwas höheren Schichten, ja, reorganisiert sich das ganz langsam, das haben wir eben auch gesehen. Und in den mittleren Schichten bleiben wir bei dieser warmen Luft. Also fortwährend kann sich das Ganze immer weiter nach unten voranarbeiten und das sehen wir so langsam auch in den 16-Tage-Trends. Beispiel Berlin, hier 1500 Meter Höhe und immer wieder gibt es diese Kaltlufteinbrüche und hinten teilweise sogar richtigen Arctic Outbreak mit Temperaturen von unter minus 10 Grad in der Höhe. Am Boden wäre das locker Dauerfrost. Das ist ein Lauf von vor ein paar Tagen. Das ist der Lauf, der aktuell ist. Und wir sehen, wie das Ganze hier immer weiter nach unten korrigiert wird. Und nicht nur in diesem europäischen Modell, äh amerikanischen Modell, sondern auch im europäischen Modell. Die korrigieren langsam alle weiter nach unten. Also, das wird wahrscheinlich eine ziemlich winterliche Angelegenheit. Das ist eine exemplarische Wetterlage. Das ist ein ganz klassischer Arctic Outbreak. Das Tiefdrucksystem verschiebt sich ein bisschen mit dem Kältepol weiterhin nach Festland Europa, beziehungsweise Russland. Hier vielleicht mal ein Hoch. Das wäre eine trockene Angelegenheit. Teilweise werden Tiefdruckgebiete berechnet, die mildere Luft kurzzeitig mal zu uns bringen, aber hier auch an einer Luftmassengrenze für ordentlich Schnee sorgen könnten. Also Fazit. Der Polarwirbelsplit war da, wird in den mittleren Schichten kommen. Es ist eine massive Störung, die immer wieder Kaltluft produzieren kann, beziehungsweise zu uns lenken kann. Teilweise richtige Arctic Outbreaks und so eine richtig durchgreifende, mildfeuchte Westwetterlage, wie wir sie im letzten Winter hatten, die ist definitiv nicht in Sicht.